Hallo bei einem weiteren Ausblick, Vorblick einer Vorschau einer astrologischen. Ich bin Oliver Errini, Astrologe und Energetiker aus dem wunderschönen Lenz und ich habe auf mein letztes Video, die Zukunft Österreichs, ganz viele Rückfragen erhalten, wo es darum ging, na bitte mach doch mal ein Video Zukunft Deutschland, Zukunft EU, wie schaut denn da was astrologisch aus und das möchte ich heute natürlich gerne tun. Zu Beginn gleich einmal, wenn dir das Video gefällt, lass einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal, nur keinen Daumen runter, das ist ein böser Button und sonst teile das Video gerne, würde mich natürlich freuen und hilft auch weiter diesen Kanal zu wachsen zu lassen und dann kann ich immer mehr Videos auch gerne produzieren. Schaut jetzt immer bei der Astrologie, wann ist denn was gegründet worden, wann ist denn ein lang gegründet worden und da gab es in Deutschland natürlich mehrere Umbrüche und auf was ich mich beziehe, werde ich dann gleich sagen. Traditionell war Deutschland immer so dem Wider zugeordnet. Also das kommt wahrscheinlich schon so aus der Römerzeit, wo man gesagt hat, na die wilden Germanen und die kämpfen da alle und die Stämme und die sind so kriegerisch und wurde immer dem Wider, also als Wideranalogie zugeordnet und das ist aber heute nicht mehr so haltbar, aber es ist ganz spannend, wenn man sich das heutige Horoskop so anschaut und zwar beziehe ich mich auf das Horoskop so dieser Wiedervereinigung, also der Gründung der BRD, da können wir gleich mal reinschauen und die war ja im Oktober 1990. So und wenn wir uns das Horoskop anschauen, dann sehen wir natürlich oder können erkennen, dass es sich hier um eine Vagesonne handelt. Was ich schon mal ganz witzig finde, also man würde jetzt sagen, wenn das eine Person wäre, wenn Deutschland eine Person wäre, das ist eine Vage. Und wenn man jetzt die Vageanalogien hernimmt, da hat jemand einen hohen Sinn für Ästhetik, für Harmonie, für Kunst, da möchte jemand, dass etwas ausgewogen ist und etwas einfach auch immer recht harmonisch einfach auch läuft. Das Witzige oder Coole bei der Sache ist, bei dieser Vagesonne ist, die Vage steht ja genau gegenüber dem Wider. Also wenn man jetzt einmal den Spannungspunkt nimmt von Wider, dieses kriegerische, ich will, ich setze mich durch, ich starte was Neues, eine Pionierleistung, ich mache da, ich gehe da jetzt neue Wege und Energie wird frei, ist das eigentlich so der Weg vom Ich, da wieder, zum Du, zur Waage. Also ist eigentlich mit dieser deutschen Wiedervereinigung, was natürlich auch passt, ein gespaltenes Land wird wieder vereinigt, wird wieder eins, was dann natürlich dazu passt. Also von diesem Ich, von diesem starken, starkköpfigen Widerprinzip geht es zur Waage. Also eigentlich wäre Deutschland da eine Vagesonne. Aber, und jetzt kommt das große Aber, das machen auch so, sagen auch so Kollegen von mir, dass Deutschland auch ein Steinbock-Land ist und eine Steinbock-Tendenz hat. Na, wo kommt das jetzt her, wenn man sich das anschaut? Dann sieht man da unten im Steinbock, das ist so, das wäre jetzt, ich sage es jetzt nach dem Haus, dass ihr euch orientieren könnt, dass eins, ja, vergesst die Häuser, die zählen jetzt nicht, aber einfach mal im Einserhaus, da haben wir drei Langsamläufe, da haben wir den Uranus, den Neptun und den Saturn stehen. Und das sind so ganz prägende Planeten. Und der Saturn selber ist ja auch Steinbock-Planet, das heißt, der Saturn selber steht in seinem Stammhaus, also der steht da ganz in seiner Würde, ganz in seiner Kraft, ganz erhaben. Und was ist das Prinzip Steinbock? Das Prinzip Steinbock ist das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit, ist das Prinzip der Nüchternheit, der Klarheit, des Alterns, auch so der Arbeit, des Durchsetzens. Und der steht da ganz, ganz dominant drinnen. Zusätzlich mit Neptun und Uranus auch noch. Und der zweite, ganz markante Punkt im Geburtshoroskop unter Anführungszeichen der Bundesrepublik Deutschland ist der Pluto im Skorpion. Der steht da beim Elfer, siehst du das? Und das ist auch so spannend, weil Skorpion-Planet ist ja so Macht on Macht. Da geht es ja ganz stark darum, eben so dieses meine eigene Vorstellung, was will ich, was lasse ich sterben, worüber habe ich jetzt wirklich so diese, ja, worüber habe ich die Macht? Und das ist eben so ein großes Thema vom Pluto. Da geht es auch ganz stark um das Taktieren, um das Verführen. Also das ist ein ganz spannendes Prinzip. Da würden wir wahrscheinlich Videos damit füllen können. Aber letzten Endes geht es jetzt darum, okay, der Pluto steht auch in seiner Würde, würde man sagen, also ganz groß, dieses Macht on Macht, dieses ich habe einen gewissen Plan, ich habe eine gewisse Vorstellung und die setze ich dann auch hoffentlich durch. Oder die will ich durchsetzen, koste es, was es wolle, wäre eigentlich der Leitspruch des Pluto. So, also das sind so markante Punkte im Geburtsradix jetzt der Bundesrepublik. Was wir drinnen haben, ist auch der Mond im Fische, der steht da jetzt im Dreier unten. Also wenn du da so zu drei schaust, wie gesagt, Häuser vergessen wir heute, aber wenn du da so zu drei schaust, dann steht da der Mond unten im Fischezeichen. Und das finde ich auch ein spannendes Thema, weil das ist auch so diese emotionale Identität, das ist das, was spüre ich denn, wie fühle ich mich denn. Und das ist im Fische schwer greifbar. Also das würde für mich auch hindeuten mit dieser, mit dieser alles ist harmonisch, der Versuch der ausgleichenden Waage. Und das in Kombination mit diesem Fisch im Mond, wo ich sage, okay, da ist die Identität eigentlich nicht so ganz klar spürbar oder greifbar, ist das schon einmal interessant. Also ich würde sagen, das ist ein, das ist ein Land, das eben so ein bisschen so diese, sich selber nicht so ganz spürt in diesem Neuanfang und deshalb ganz, ganz hart arbeitet, im Außen auch arbeitet, sich durchsetzt, Normen schafft, Regeln schafft, dass man sagt, so sind wir, das sind wir. Also ein Land, das eigentlich sein Selbstbild sehr stark gezimmert hat, eben durch seine Taten, durch seine Werke. Also so würde ich diese neue Bundesrepublik, also neu, 1990 halt, würde ich jetzt das mal deuten. Also das ist eben was, was ganz wichtig ist, ein wichtiger Punkt sind eben diese, ist diese Rechtsstaatlichkeit, ist das, was kann ich produzieren, was bringe ich zusammen, diese gewisse Ordnung, die ja auch weltbekannt ist eigentlich so von Deutschland her. Also das sind da ganz spannende Punkte und wichtige Punkte in diesem Geburtshoroskop. Ja, schauen wir nochmal rein. Bei der Waage geht es ja auch darum, also Waage Sonne ist ja auch so ein bisschen der Weg, also noch einmal um zum Wiederzugehen, sich klar auszudrücken, um was geht es mir denn, was möchte ich denn eigentlich? Und nicht immer so harmonisch so zwischen zwei Stühlen zu setzen und versuchen zu vermitteln. Ein gutes Waagebild ist zum Beispiel, wenn dich zwei Freunde anrufen und du machst dir mit beiden etwas aus, aber eben getrennt voneinander. Der eine sagt, man geht mal auf einen Kaffee und du sagst, ja klar, weil du dich da freust drauf, dann kommt der zweite und sagt, man geht mal da auf einen Kaffee und auf einmal kommst du drauf, du hast dich mit unterschiedlichen Leuten zu ganz unterschiedlichen Orten verabredet, aber am selben Tag. Und da fängt dann das Problem der Waage an, weil die möchten es dann beiden gleich machen oder recht machen und möchten niemanden vor den Kopf stoßen und das ist ein bisschen so diese, ein bisschen so dieses Thema, wo die, ja ich sage mal das Ausreden, sagen wir es nicht, die Ausreden so zum Waageaspekt reinkommen, also so ein bisschen das sich drücken, ein bisschen, mir geht es vielleicht nicht so gut, also wo man eine Ausrede findet für jemanden, dass man dann wieder alles unter einen Hut bringen kann. Also das wäre so ein Zeichen einfach, was da bei der Waage zum Tragen kommt. Und natürlich interessant ist auch noch, ich habe es noch nicht erwähnt, das ist der Jupiter. Der Jupiter, der steht da jetzt im Löwen drinnen, also das ist da so im Achterhaus, so dieser rosarote Vierer kann man sagen. Und da geht es beim Jupiter natürlich auch ganz stark darum, um dieses Wachstum, Expansion ist Jupiter immer, so Grenzen sprengen und eben sich erweitern und das passt ja auch zur Wiedervereinigung irgendwo dazu, dass er da im Löwen in der Lebensenergie so drinnen steht. Also wie gesagt, wir haben dieses Erweiternde, aber wir haben auch durch diese Erweiterung ein bisschen so die Identität, die da abhandengekommen ist. Also man kann sich noch nicht so ganz klar definieren, man kann sich so als Land noch nicht so ganz definieren, was man jetzt ist und deshalb alte Werte, Regeln, Normen, ganz rigide Vorstellungen, so sind wir, so soll es sein, viel Arbeit, viel neuer Aufschwung soll da drinnen sein, aber eben ganz stark so dieses, dieser Aspekt dieser harten Arbeit und dann auch natürlich teilweise auch der Regeln der neuen Gesetzgebung, die da was, ja, wie soll man denn sagen, die da regulieren soll, die aber vielleicht nicht immer so ganz, ja, wie soll man sagen, die vielleicht nicht immer so ganz durchsichtig ist, also was sich da jetzt tut und was da damit gemeint ist, ja. Gut. Und jetzt wird es natürlich spannend, wie schaut denn jetzt eigentlich die Lernaufgabe aus? Also was, wo entwickelt sich Deutschland hin? Was ist denn da jetzt, was kommt denn da so auf Deutschland zu die nächste Zeit? Und da gehe ich jetzt einfach mal von den aktuellen Transiten aus und versuche da mal ein Muster zu finden. Es ist ja sehr viel Wandlung jetzt schon im Steinbock, in der Rechtsstaatlichkeit vorgefallen. Das sind die ganzen Transite, das merkt man auch in der aktuellen Situation jetzt einfach in Deutschland, genauso wie in Österreich, also dass sich hier einfach vieles wandelt, dass Gesetze, Grundrechte, Grundgesetze einfach verändert werden, transformiert werden. Und ich habe das immer schon gesagt, das ist so dieser Plutotransit da auch im Steinbock, der jetzt gerade auch wieder rückläufig ist, aber das spielt jetzt da keine Rolle. Also da haben wir diese Veränderung. Was da interessant ist, ist durch das, dass der Pluto so dominant steht im, ich sage es jetzt nochmal so, Geburtshoroskop der BRD, im Skorpion, in dieser Macht, in dieser eingemauerten Vorstellung, dann kann es wirklich sein, dass es, ja, dass da ganz schwer was weitergeht. Also dass da, dass sich so Veränderungen, also die eigentlich notwendig wären, einfach ziehen, einfach stecken, dass da was Neues ganz schwer durchkommen kann, was Neues, was notwendig wäre. Und da, das führt mich jetzt wieder von diesem, von diesem Schritt Erdzeitalter ins luftige Zeitalter. Jetzt wäre zwar Deutschland jetzt von der, von der Sonne her luftig mit der Waage, ne, aber durch diese ganz schwere Ballung in der Erde und dann auch noch im fixen Wasser im Skorpion, der Pluto, ist das natürlich eine ganz, eine festhaltende Energie. Eine Energie, die sich da ganz hart tut, dass sich da mal was ändern kann, dass sich da mal was lösen kann. Und da kann es sein, durch diese Pluto-Geschichte, dass man sagt, nein, das passt so, wie wir es bis jetzt gemacht haben und wir machen einfach so weiter. Also dass da einfach gewisse wesentliche Schritte zu spät gesetzt werden oder dass da was übersehen wird. Und in meiner Interpretation, in meiner Deutung ist ja die jetzige Zeit einfach so, dass das Digitale das Profane ablöst. Also auch diese ganzen Geschichten, was ich, alles, was ich jetzt noch konkret baue, hat jetzt im Wassermann-Zeitalter nicht mehr so viel Wert, wie es in einem Erdzeitalter hat. Also dieses Schaffen von Konkreten, von Materie, möglichst genau produzieren, das sind so Werte, das sind gute Werte, aber das sind so Werte, die oft nicht mehr haltbar sind. Und da haben wir eine Riesenblockade und eine Riesenverzögerung. Das heißt, je länger man versucht, und ich sage es jetzt einfach mal, alteingesessene Unternehmen permanent zu retten, anstatt sich auf etwas Neues zu konzentrieren, neue Infrastrukturen, wird da ein gewisser Druck, ein gewisser Leidensdruck einfach entstehen. Das, was man auch sagen kann durch diesen starken Pluto, und das ist wie gesagt alles meine Interpretation und das soll jetzt auch nicht so negativ klingen, das kann natürlich auch sein, dass da sehr viele Interessen im Hintergrund werken. Das heißt, Interessen, dass Veränderung aufgehalten wird. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Firma hast, die, keine Ahnung, permanent Streichhölzer herstellt, dann wirst du nicht interessiert sein, wenn es heißt, Moment, da kommt mal das Feuerzeug und jeder, und das ist viel praktischer als Streichhölzer zum Beispiel. Oder es bekommt jeder eine gratis Feuerstelle oder weiß der Kuckuck was. Also da wirst du dich eher dagegen stellen und dein Interesse wird sein, Moment, wir bleiben beim Streichholz, weil das ist so toll. Und ungefähr so kann man sich das vorstellen. Da wird am Alten festgehalten, auch mit einer Meinung, mit einer ganz starken Lobby dahinter, und man sagt, nein, da soll sich was nicht ändern. Und das ist allerdings schwierig, weil die Änderung kommen wird. Und dann ist die Frage natürlich für Deutschland, sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich, wo finde ich denn da jetzt wirklich meine Werte, wo finde ich meine Sicherheit? Ich habe so ähnlich auch im Österreich-Video schon gesagt, aber der Auslöser ist was anderes. Wichtig wäre ja da schon gewesen, dieses, das bin ich, das macht mich aus, das ist meine Identität, das so in Deutschland so zu finden. Und das heißt jetzt nicht ein nationalistischer Gedanke, also das auf keinen Fall verwechseln, sondern da geht es einfach um eine innere Sicherheit. Was macht mich denn wirklich aus? Was bin ich denn für ein Mensch? Und da sollte man sich drauf konzentrieren, weil diese alteingesessenen Werte dann irgendwann, 224 rum, 224, 25, wenn dann der Pluto auch mehr in den Wassermann kommt, dann wird sich das wandeln, dann kann dieses lobbyistische Denken, dieses, das ist meine Agenda, das wird sich nicht mehr so durchsetzen können. Das heißt, da kommt dann die Veränderung sowieso. Aber das Problem ist halt einfach, es wäre besser, man ist darauf vorbereitet und sagt, ich lasse jetzt einfach ab von den Sachen, von diesen alten Sachen, die jetzt nicht mehr zeitgemäß sind und komme jetzt auch schon in einen Wandel rein. Also das würde auf jeden Fall da auch die Arbeit, die Industrie und natürlich auch eventuell so die Legislatur, das heißt also einfach die Gesetzgebung auch betreffen, dass man sagt, okay, da sollte eigentlich was verwandelt werden, was gewandelt werden, weg von diesem, ja, dass es jemandem was bringt, dass es einem was bringt, sondern dahin, dass es vielen was bringt. Und das ist eben, das wäre eben so Wassermann-Zeitalter. Und das ist eben die Frage der Identität. Und diese Identität gehört da einfach stabilisiert und die gehört auch einfach noch ein bisschen klarer definiert. Man kann da auch durchaus mal drüber meditieren, also das kannst ja du als Einzelner natürlich auch gerne machen, zu sagen, okay, was ist denn jetzt, also was sind denn jetzt so meine Werte, was ist meine Identität, was macht mich denn jetzt im Innersten wirklich aus? Also das würde ich da auf jeden Fall mir mal überlegen und da zu Gemüte führen. Wir sind eben in diesem Wandel von der Erd-in-die-Luft-Zeit und da wird das Profane durch das Digitale abgelöst. Also die Informationen werden jetzt dann schon mehr wert sein, als das Konkrete letzten Endes. Und diese Wandlung kommt, das heißt ein Ausbau von einem Internet, von digitalen Techniken, die sind da ganz, ganz wesentlich. Und das sollte man auch nicht übersehen. Also da bitte einfach ein bisschen das im Auge behalten. Die gute Nachricht ist, und das jetzt noch zum Ende etwas sehr Positives, dass eigentlich Deutschland ja mit dieser vage Sonne eigentlich was sehr Luftiges hätte. Also dieser Kontakt zum Neuen, das Interesse am Neuen, das Aufsaugen von Neuem, das Begegnen von neuen Ideen, das Begegnen auch, wo dann auch ein gewisser Austausch entsteht, also ein gewisses Interesse entsteht und wo dann auch was Neues kommen kann, da hat Deutschland natürlich von der Sonne her gute Chancen und Karten, dass sich auch dieser Wandel gut vollziehen wird, ohne jetzt die größeren Krisen. Aber je mehr daran festgehalten wird, an alten Strukturen, und das wirst du merken, große, alte, eingesessene Konzerne, alles, was so fest sitzt, das wird sich wandeln müssen in der nächsten Zeit, weil das ist dann laut der Astrologie nicht mehr zeitgemäß. Aber wie gesagt, wir sind alle zusammen in diesem Boot, du und ich, und es ist halt eine spannende Zeit. Es ist eine Zeit, wo sich ganz vieles ändern wird, aber grundsätzlich, ich bin ja immer ein Optimist und ich denke, es wird auch passen. Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen, hat dir weitergeholfen. Bitte nochmal Daumen hoch, Kanal abonnieren, Video teilen. Und wenn du andere Themen hast, die dich interessieren aus der Welt der Astrologie, dann bitte schreib es einfach in die Kommentare, schreibe mir ein Mail, ich bereite gerne wieder was vor. Das war's aus dem wunderschönen Linz. Ich bin Oliver Erini, Astrologe und Energetiker, und ich wünsche dir eine gute Zeit. Tschüss. Musik